Hier gibt's Brawl Stars mit Sam. Und ja, auch Grüße gehen raus an Sam. Wir sehen uns gleich in der Runde. Bin drin. Und als Gegner haben wir einfach mal Gale. Okay, Gale ist gut. Gale ist wirklich gut. Er hat sogar den Händlergeld, also hat er sich dem Brawl Stars gekauft. Schön, dass er so gut ist. Und ich mach ihn ganz auf Jolo und wie auch Prus. Oh, der Gale sieht aber nicht wirklich so gut. Schau noch mal, wie ist das hier raus? Hm. Aber hier... Egal, dieser Gale verwendet seine Rügel die ganze Zeit. Ich hab das Gefühl, er ist auf dem Niveau von Sam. Hm. Okay, Leute. Es wird schwer. Sam, ich kriege den Ball rein. Ja, mal gucken. Sam, was macht der denn? Ja, ich hab gestorben. Ach, verdammt. Jetzt müssen wir den Elbdick hören. Es wird nur ein so schwerer. Wir sind jetzt gleich in der nächsten Runde. So, weiter geht's. Wenn wir Erster werden, dann kriegt sein Riono-Kuscheltier ein Bonbon. Auch Sam wird auch noch mal gegrüßt. Und ja. Let's go. Übrigens auch alle anderen, die ich in Videozeite, werden gegrüßt. Lukas wird gegrüßt. Fuck. Starling Hero 00 wird gegrüßt. Und, äh, ja. Tatsächlich geklappt. Jetzt sagen wir, sie gehen uns in der nächsten Runde. Okay, brauche ich nicht. Oh, kein Tartmachin. Sind ja eh schon in der nächsten Runde. Ha. Let's rock. Und, äh, ja. Maskierter Spike, alter. Der hat gerade Bruce auf. Alter. Und sich parallel. Wir sehen uns wieder, wenn ich gespawnt bin. Also jetzt. Da war ein Mod. Ist dran, die Röker gelingen nicht. Ja. Gott sei Dank. Jäger, wie dunkel man jetzt. Deine Gegend-Scheiß-Mord ist passieren. Wir sehen uns gleich nach der Runde wieder. So, wir sind in der nächsten Runde angekommen. Ähm. Let's go. Wieso aktiviert er immer sein Gadget? Das machte keinen Schaden. Wenn du jetzt mal richtig durchgelogen hast. Oh, fuck. Du wüsst ja, was das Gadget bringt. Bis gleich. Bin gespawnt. Ja, wie last ist der, rennt einfach rein. Oh, du wüsst ja. Also, der Bob kotzt an. Das ist nur so krass. oh Gott, der ist ja so knapp, der lässt uns ja jetzt nicht rauskommen ich sag's euch ganz ehrlich, die Runde ist lediglich die Runde ist so eklig so, nächste Runde hab bisher nur Minus oder Null gemacht mach nur noch Minus was soll man da machen? ich sag's euch ich sag's euch ich sag's euch ich sag's euch dann sind die Sonne war das ich sag's euch Schütte. Ich kann nicht mehr so die Hände. Das ist ja. Ja! Ja! Oh! Ist gleich! Yeah! Das war nice gemacht. Dann muss ich ihm echt helfen. Der Elbit hat sich schon so gefreut. Ha! 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 Und eben noch. Habe ich ihn nicht geschafft, den noch zu machen, weil ich getötet werde. Oh! Das ist aber mein Reflex. Oh! 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 Das ist hier noch rauszukommen! Oh! 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 Das ist so gut. Ja! 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 Oh, oh, okay, passt der Robert an die Minen rein rein. Mann, Alter! Der ist ja zwar gestorben, aber das ist nicht so schlimm. Daug ich! Nein, das ist schlimm. Das ist ja wohl schlimm. Sehr nett, dieser Dario hat so krass, ich weiß gar nicht. Let's go! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, da hat der Game. Komm mal her. Komm, spring rein. Ich sag jetzt daran, dass er den nicht mehr so schnell aufladen konnte, weil er gerade Ulti gemacht hat. Das war mein Glück. Yeah. Ja, das war's. Tschüss.